. Gratulieren, Gabriela. Auch du bist im Finale. Danke für ein Mal. Ich freue mich sehr. Hättest du das gedacht? Eigentlich nicht. Aber ich bin umso fröhlicher darüber. Wieso hast du dir das nicht gedacht? Du wirst so eine Hübsche? Ich weiss nicht. Gestern ist es mir nicht so gut gegangen. Ich dachte, vielleicht klappt es heute nicht wegen der Gesundheit. Aber ich stand da. Ich habe es geschafft. Und Jesu, wie bereitest du dich vor für deine Wahl? Auf jeden Fall werde ich viel auf meinen Abseits laufen gehen. Und ja, etwas Reden üben. Mal schauen, eine schreiben vielleicht. Wir sehen es noch. Merci vielmals. Ganz viel Glück. Danke vielmals. Bis zum nächsten Mal im Gesicht. Bis zum nächsten Mal. Cheers! Bis zum nächsten Mal.